Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wieder Filmcheck und zwar Star Wars Episode 4 und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, Star Wars Episode 4. Endlich kommen wir zu der alten Originaltrilogie, die für mich radios sind. Ich finde die alle richtig super. Sind für mich auch immer noch die besten drei Teile, die jetzt kommen. Habe ich wirklich wieder wahnsinnig darauf gefreut, die zu schauen. Ja, und angefangen natürlich mit Star Wars Episode 4. Ich kann gleich sagen, ja, 5 von 5 Sternen natürlich. Genial. Natürlich haben die auch so ihre Macken, aber an sich geschlossen sind die wirklich absolut super. Und da kommt auch kein anderer Star Wars Film ran an diese drei Teile, kann ich jetzt auch schon mal sagen. Und, ja, kommen wir kurz zu der Story. Ja, wir schließen jetzt hier direkt an Episode, na, was heißt nicht, direkt ist ein paar Jahre vergangen. Nach Star Wars Episode 3. Man könnte auch jetzt hier Rogue One, eine Star Wars Story gucken, weil der ist ja, spielt ja vor Episode 4. Ja, den könnte man jetzt, ja, eigentlich gucken dazwischen, genau. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber, ja, das, was würde ich jetzt sagen, Star Wars Episode 4, genau. Fängt an, äh, Prinzessin Leia ist auf der Flucht vor dem Imperium mit den, äh, Plänen des Todessterns, ja. Äh, sie schickt natürlich R2-D2 los, weil sie ja gefangen genommen wird, um jemanden zu finden, ein Jedi, äh, der ihr helfen könnte. Ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten, wie gesagt, sollte natürlich jeder gesehen haben, diesen Film. Und, ja, der Film ist sehr gut gealtet, man kann die sich heute noch angucken. Damals hatte auch George Lucas nochmal ein paar Effekte überarbeitet. Ja, wenn man jetzt die Originalen anguckt von damals, da sind, äh, ja, das sieht, glaube ich, nicht mehr ganz so gut aus hier. Ich habe jetzt die überarbeiteten Versionen geguckt, da heißt, da sind ein paar Zehn, glaube ich, noch damals dazugekommen. Und einige Effekte wurden halt, äh, digital ein bisschen überarbeitet. Und das ist dem Film auch wirklich zugute gekommen. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben, ja, auch wenn die Practical Effects, die dort benutzt wurden, weil da noch nicht so viele Computereffekte, ja, damals, man, der ist wirklich von 77, da gab es ja sowas alles noch nicht groß. Dadurch wirkt er noch wirklich sehr, sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dieser Film macht immer noch Spaß, äh, sich anzugucken. Er ist ja, wie gesagt, es ist ja eigentlich ein Märchen, so könnte man das sagen. Und, ja, wir haben dort, ja, wir lernen dort Luke Skywalker kennen. Ja, Han Solo taucht auf, Chewbacca. Wir, wir lernen in diesem ersten Film, wie sich dieses Team, sag ich mal, formiert. Wir sind ja eine Gruppe sozusagen und, äh, das ist wirklich schön mit anzuschauen. Wir haben hier wirklich jetzt keine aus, extrem ausgereibte Story, aber wir haben schöne Bilder. Wir haben Laserschwertkämpfe, die hier natürlich, wenn man Episode 1 bis 3 gesehen hat, oder auch jetzt die neuen 7 und 8, sind diese Lichtschwertkämpfe natürlich, äh, von der Choreografie sehr einfach, ja. Ja, man hatte damals ja auch nicht die Mittel, die wirken denn jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen altbacken, die Kämpfe. Weil, äh, das ist jetzt, ja, ich sag mal, bei Episode 1 bis 3 waren sie vielleicht ein bisschen übertrieben, wie sie ja hin und her springen und so. Äh, das wirkt jetzt hier ein bisschen altbacken, muss man schon sagen, aber ist trotzdem noch sehr, sehr gut. Wir haben, man kann sich den immer, ich weiß nicht, wie oft ich den Film jetzt schon gesehen habe, man kann sich den immer noch so oft angucken, er ist, ja, ein sehr, sehr guter Film, auf jeden Fall. Ja, der Film hat eine sehr, sehr gute Erzählstruktur. Wir lernen die Charaktere nacheinander gut kennen, ein bisschen ihre Hintergrundstory dazu. Äh, sie wachsen einen schon in diesem Teil eigentlich ans Herz. Ja, was man heute, muss man, wenn man es mit heutigen Filmen vergleicht, zum Beispiel, wir können es einfach jetzt mal mit Episode 7 vergleichen, äh, und die Charaktere hier, ja, ich soll jetzt nicht, die sind, ja, jeder kennt, äh, Darth Vader, ist einfach mal so. Jeder kennt Han Solo, das ist, ich weiß nicht, wie er das damals so hingekriegt hat, ich glaube, wie gesagt, weil es einfach wirklich ein Fantasy-Märchen ist, mit einer einfachen Story, wo sich wirklich eine Gemeinschaft, eine Gruppe findet. Ja, das haben wir bei Star Wars Episode 7, wenn ich das mal vergleiche, haben wir das einfach nicht. Wir haben so, äh, Damon Poe, glaube ich, bei den sieben Filmen, den Rey, und die sind ja alle so ein bisschen für sich, sie sind ja noch nicht, sie sind ja, sie kommen ja nicht zusammen in einer Gruppe. Ja, das ist ja selbst bei Episode 8 jetzt, dass sie immer noch nicht eine Gemeinschaft, eine Gruppe sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Negativpunkt bei den neuen Filmen, aber bei 3 haben wir das und, ja, super Film, schaut euch an. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr darüber sagen, es ist einfach ein Bombenfilm, den jeder gesehen haben sollte. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich den Filmcheck zu Episode 5 machen kann. Das Empörung schlägt zurück, weil das ist mein absoluter Lieblings-Star Wars-Film. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.